Wir haben eine neue Kompetition, bei 11.50 Uhr ist die Kompetition und die Kompetition. So bei 12 Uhr, wir werden vor Ort lunch. Vorher sind die Lungslehrer, die wir in der Hälfte gehen können, die wir in der Hälfte gehen können. Der Hälfte ist die Lungslehrer, die wir in der Hälfte gehen können.